Vielen Dank. Aber fast vier Stunden Verspätung kommt der Lotser. Und dann geht es weiter. Auf der Außenrede liegen weit über 30 Schiffe. Wir waren auf der Außenrede. Gestern konnten wir wegen durch Kammerdamen und vielleicht mit der Hälfte schon keine Schiffe durch den Kanal gehen können. Wir waren auf der Außenrede. Wir waren auf der Außenrede. Wir waren auf der Außenrede. Vor uns liegt die Einfahrt in den Suezkanal. Im Hintergrund die Stadt Suez. Die Stadt Suez. Wir waren auf der Außenrede. 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 Eine alte israelische Befestigungsanlage. und ich habe auf der Außenrede. Das sind alle Ingennten geschlagenen und alle Ingenällen. Wir waren auf der Außenrede. Wir waren auf der Außenrede. Wir waren auf der Außenrede. Das linke Ufer ist in einem breiten Streifen begrünt und wird durch eine Meerwasserentsalzungsanlage bewässert. Diese Anlage wurde von den Israelis gebaut. Das rechte Ufer ist durchgehend die Wüstenlandschaft. Gerade aus dem kleinen Wittersee, dem großen Wittersee, der Stoffel ist durchgehend. Die Stoffel ist durchgehend. Die Stoffel ist durchgehend. Vielen Dank. Vielen Dank.